Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer brandneuen Folge The Last of Us Remastered hier auf der Playstation 5, hier auf Trans17TV. Euer T, wie immer, für euch am Mic. Ganz lieben Dank nochmal an alle Probanden, die das letzte Mal das Video so schön bewertet haben. Bitte auch dieses Mal wieder das Video mit einem Daumen unterstützen und den Kanal mit einem Abendmord, denn das hilft mir weiter und macht mich extrem glücklich, wenn ich weiß, ihr wollt noch mehr meiner Videos sehen. Was ist da noch eins? Wo müssen wir denn jetzt hier lang? Keine Ahnung. Da sind wir gekommen. Also übers Dach geht auf jeden Fall auch. Guck mal, Müll hier ist auch nichts. Aha. Ich hab deine Arsch vor dem Flicker gerettet. Oh Mann. Ich mach dir welchen, wenn du damit aufhörst. Ich glaub, ich muss das wirklich gut. Welche Mann. Ja, ich lass das gut. Ich mach schön dich zusammen. Ich würde gerne da hinlocken. Ich würde gerne da hinlocken. Wie krieg ich den denn hierher gelockt? Ah, beide zusammen. Das wäre natürlich ein Träumchen. Aber die sind, glaub ich, nicht zusammen. Shit. Oh Mann. Der andere muss ja auch noch irgendwo sein. Da. Oh verdammt. Kommt der? Der kommt. Ich werde hier suchen. Sie da drüben nach. Komm her. Was? Er hat ein Bewehr. Er hat ein Bewehr. Was zum Teufel machst du da? Lass los. Und wo kommt der denn? Da kommt einer. Nice. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut hat sie das gemacht. Ich hab was gedroppt. Nee. Boah, das sind ja viele Leute. Die nehmen wir auch noch. Da muss doch einer sein. Da muss doch einer sein. Das ist ja kein. Die ist auch so geil. Ellie ist der Burner. Da ist auch nix. Jetzt könnten wir schön den Wagen nehmen, ne? Ach, das sind die Mörder von vorhin. die das Paar einfach abgeknallt haben. Da. Oh, oh, oh. Ja. 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 Okay. Ja. Okay. Da ist eine neue Stange. Tauschen wir die durch. nicht. Das ist glaube ich keine schlechte Idee, ne? So, die pippen die nochmal eben auf. Ne, können wir noch nicht. Egal. Das ist ja gar nicht sein. Ja. Das war ja. Na. Ja. Na. 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 da sagt ach da kommen wir nicht rum scheiße wie brett geben aus weg aus dem weg wie soll man denn da rum kommen wir haben da ist einer alter verwalter da kommt der nächste wir müssen mal wir nehmen mal die andere jetzt ich habe auch nichts mehr zu werfen doch shit hey get out of the room okay runter 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 da gibt es noch stuff sehr schön der sieht uns ja immer der sack da ist aber auch noch da sind auch noch sachen okay wir könnten nachladen da können wir die eine zumindest schon noch nehmen ich habe keine ahnung wie wir hier weg kommen sollen vor allen Dingen wo wir auch hin sollen da will ich eigentlich auch noch rein ah da kann ich nicht rein oh da scheiße hä hä rennt der weg ist der bescheuert wo ist der denn hä hä der ist vorbei gerannt shit kommt bestimmt gleich wieder das gibt's doch nicht dass der immer noch lebt schön die beine weggeknickst hier aber ich glaube ich hatte da noch eine patrone drin aber das ist ja zu gefährlich für eine patrone dahin zu rennen da geht es auch nicht hoch aber ich würde mal sagen dass es hier glaube ich weiter geht okay wir gehen jetzt mal hier lang hier ist auch noch ein gebäude boah ist ja voll der super verfolgungskrieg hier da kann man noch raus hier gibt's gar nichts ich glaube sie sind weg nur geht roh nur geht doch oder warte ich auf sie jetzt und geht doch da ach hier müssen wir lang gucken ob das so auch geht da ist doch noch eine wohnung wo du da wir müssen doch alles mitnehmen hier und stuff teile cool und pillen so was können wir hier noch bauen wir können unsere links zu verbessern die ist auch sehr geil hier können wir aber nichts machen da könnten wir einen machen Messer können wir nicht machen na ich glaube wir sparen das hier für den die Sprengdinger sind wirklich sehr geil wobei diese hier da könnten wir einfach machen den nehmen wir auch mal hier die sind auch immer sehr cool so ich glaube mehr gibt's hier nicht aber es ist eine schöne gemütliche Wohnung hier wo geht das hier jetzt hin oh das ist keine gute idee da ist auch überhaupt keine Chance ne da rein ah hier ist glaube ich richtig ja verdammt ah Joel ist immer noch fit ne Joel hör auf da lass ihn in Ruhe ganz ruhig jetzt nicht schießen ist okay das sind nicht die Bösen nimm sie runter man schlägst du hart ich wollte dich ja auch erledigen ja ich dachte auch du gehörst zu denen dann hab ich dich gesehen falls ihr es nicht wisst bei denen sind nie Kinder nur die stärksten überleben du weißt schon du blutest ach das ist nichts ich bin Henry das ist Sam die Kleine sagt dein Name ist Joel Ali wie viele Leute seid ihr die sind alle tot das wissen wir nicht wir waren zu mehreren jemand hatte die tolle Idee in die Stadt zu gehen Vorräte suchen die Wichser haben uns überfallen haben uns gejagt jetzt versuchen wir nur noch hier raus zu kommen zusammen können wir das schaffen Ali je mehr desto besser und so sie hat recht das könnte was werden wir haben ein Versteck ganz in der Nähe besser wir reden dort weiter ok bringen uns hin kommt mir nach tut mir echt leid wegen vorhin macht nichts ich hätte wohl das gleiche getan wo kommt ihr her wir kommen aus Hartford oh Molly ist verbessert sehr geil ich gehe hier aber oi wenn man hier nicht durchgeht hat man aber ein Problem würde ich sagen hier ist ja richtig viel Stuff so alles mitgenommen Schubladen geile Butze hier hier ist aber sonst nichts alles klar wir müssen aufpassen direkt nebenan stehen sie immer wach und du hast nur deine Tochter ich habe versprochen mich um sie zu kümmern ja das ist der Ehrenherr oh was für eine coole Location weg von den Fenstern fahr schön weiter man der verdammte Truck er verfolgt uns schon seit wegen dieser verdammten Sam was machst du denn? gar nichts los weg damit mein Rucksack ist praktisch ganz leer was ist die Regel für dieses Zeug? er wiegt fast nichts die Regel sag sie mir Jack and Dexter cool jetzt komm so wir schauen ja noch mal eben einmal kurz durch nicht weit nicht mal weit so hier ist sonst nichts so mein Lieben mit diesen Schuko Toys mit diesen schönen Bildern richtig schönes Geschäft war das bestimmt mal verlasse ich euch bis in die nächste Folge wünsche euch eine gute Zeit und ja wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bleibt gesund und munter und abonniert den Kanal lasst einen Daumen da bis zum nächsten Mal Küsschen aufs Nüsschen küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-k mushrooms-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm-küm